Mein Name ist Wolfgang Vogtmann, ich bin hier Patient bei Dr. Hohl und bin Schmerzpatient. Ich möchte gerne aus meiner Erfahrung Ihnen etwas mitteilen, wo ich gestern, wie soll ich das erzählen, positiv überrascht war. Ich bin Schmerzpatient, habe eine negative Erfahrung gehabt mit meinen Weißheitszahnen und der Herr Dr. Hohl hat mir gestern drei Weißheitszahnen, ja Sie haben richtig gehört, drei Weißheitszahnen auf einmal gezogen. Ich bin mit sehr großen Ängsten hierher gekommen, wo ich gedacht habe, oh was kommt da auf mich zu, aber die Beratung, die ich bekommen habe, mit einer Signierung, die mir zugesprochen wurde, wo er gesagt hat, Sie brauchen keine Angst haben, Sie werden in einem leichten Schlaf mit Schmerzmitteln und so, man kriegt einen kleinen Piks im Arm und dann werden Sie das überstehen. Und ich war wirklich so überrascht. Ich habe selten, und das sage ich nicht nur jetzt vor der Kamera, das ist wirklich meine ehrliche Meinung, so eine Behandlung erfahren. Schmerzfrei, ich konnte wieder essen, ich konnte wieder nach Hause gehen, ich hatte keine Schmerzen, keine dicken Backen, was man da mal nachhört, so eine Hamsterbacken. Auch alles, das ganze Gesamtbild herum, wenn ich jetzt hier so euphorisch das alles erzähle, dann ist das nicht, weil ich mich hier irgendwie, weiß ich, provolieren will, ich möchte, dass das mal so rüberkommt, auch die Assistenten, auch das Drumherum, was sehr wichtig für einen Patienten ist. Wenn man schon reinkommt, dass man mit leichter Musik und auch die Assistenten schon vorher sagen, ungefähr, was um einen zukommt, fand ich wirklich genial. Ich kann nur sagen, wirklich, tolle Praxis, man ist hier toll aufgehoben und ich hoffe, dass ich Ihnen mit dieser kleinen Vorstellung mal was rüberbringen konnte, was hier in dieser Praxis passiert. Ja, ich möchte gerne spielen, das ist für mich Ausdruck, das ist für mich Kunst und das ist für mich Leidenschaft. Ich lebe dem Tattoo, als wäre das dein letzter. Ich lebe dem Tattoo, als wäre das dein letzter.